Hi, ich bin Yvonne und das sind die Reit-TV News. In dieser Woche haben wir eine weitere Home-Story für euch gedreht. Wir waren bei Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffahrt und ihren Pferden. In dieser Woche durften wir wieder für Equiva gemeinsam mit Western-Trainerin Susanne Flesch drehen. Wir zeigen euch in einem unserer nächsten Videos die Disziplin Trail. Für die FN haben wir eine sechsteilige Serie zum Thema Turnierreiten produziert. Das erste Video zum Thema Turniersystem in Deutschland findet ihr am Dienstag auf unserem YouTube-Channel in der App und auf reitv.de. Natürlich gibt es auch wie angekündigt am Sonntag das Video mit Anna. In den heutigen News stellen wir euch drei Videos aus unserer Community vor. Julia vom Kanal JuliasVlogs zeigt euch in ihrem Video ihre Arbeit im Offenstall. Delia vom Kanal Die Blutprinzessin nimmt euch mit auf ihren Ausritt mit der GoPro. Und Lea vom Kanal 4 Best Ponys zeigt uns wie sie das Freispringen mit ihren Ponys durchführt. Und nicht vergessen, morgen, also am Samstag, findet ihr den zweiten Teil unserer kleinen Serie zum Thema richtige Steigbügellänge auf YouTube, in unserer App und natürlich auf . 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